Hallo Leute, Tauto wieder hier und kommen zurück bei The Culling Private Metal mit den ganzen TT-Leuten und Fisk und Hot Arbeite. Was eher drauf heute nicht so weit ist, ich habe irgendwie Gefallen gefunden an Mastercrafter, deswegen benutze ich das in letzter Zeit immer mehr gerne. Ich habe mir das ein bisschen von Dalu abgeschaut, nur mit dem Unterschied, dass ich lag den natürlich Standard-Perk. Und ich habe statt des Bomben-Perk habe ich generell einen Defense drin, weil ich in letzter Zeit echt scheiße wäre. Ich bin in The Culling, also erwartet heute keine Pro-Runde von mir. Hier ist nichts, hier ist doch nichts. So, wenn das erste Mal ein Squawboard aufleuchtet, hoffentlich nicht durch unseren Tod. Seht ihr natürlich die anderen, ansonsten wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann wird es heute wieder auch ein schönes Special geben. Das letzte Mal habt ihr ja gesehen, da haben sie sehr witzige Specials gemacht. So, ich hoffe, das machen wir auch wieder ähnlich, weil ich habe echt Bock drauf. Ich hoffe, das funktioniert sogar. Ist deine Vision impaert? Ja, das funktioniert sogar. Das ist die kleine Brüne. Oh Gott, das ist weg. Oh Gott, das geht weg. schnell verkaufen weiter ehrlich zu sein und tschüss Jetzt machen wir hier auch mal das Gift an, um eventuelle Folger abzujagen. Jetzt werden wir natürlich verraten, dass ich übe. Da liegt Funk. Sollten wir schon langsam ein Setschel machen, Leute. Sehr gut, wir sind nicht verraten. Ich muss schon mal mein allererstes ziehen, weil das nicht so viel Funk, Leute. Und zwar ist er Liquid von Talu. Geht dabei noch Anne, Skigot, Kundran, Fisk, Sachsenhotter, Grantsweter und Talu. Und natürlich der gestorbene Liquid. Da oben war jetzt noch ein Fass, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Ja. Fisch an 90-7. Es ist Zeit für 3-Crate-Monty. In 2 Minuten, 3-Crates will spawn in the Center Arena. One of them has a reward, the other two are full of pain. That's 3-Crate-Monty. Good luck! Verdammt, hier ist alles offen. Dann hoffen wir mal auf das 3-Crate-Monty, Leute. Das heißt, wir nehmen mal 2-3 Bandagen mit. So. Da läuft er. Das ist Krumm dran. Puh, das war Krumm dran. Ich glaube, das war Krumm dran. Ich kann es eigentlich nur mit dem Messer gehen. Ich gehe nicht auf die anderen los. Vor allem, wenn es Krumm dran ist. Und natürlich, Talu hat sich wahrscheinlich schon seinen Air-Drop geholt. Das kann eigentlich nur Talu sein. Also, den gehen wir auch mal schön aus dem Weg. So, jetzt nehmen wir die 2-Bandagen. Und warten die Mitte. Ich habe mir bewusst einen teuren Air-Drop ausgesucht. Da man sowieso jetzt da so schnell durch die Tics an Credits bekommt. So. Aus dem habe ich gehofft, dass ich beim Looten mehr Glück habe, aber... Es ist mir heute nicht so ganz, äh, heute das Glück. Oh, die neue Mitte ist es. So, dann muss ich schnell hin. Ich weiß nicht, was er anders macht. Verdammt, ich weiß nicht. Oh, der Sachse. Ja, der Move war nice. Leider den 5-0 gehabt. Und ich habe leider das Pech gehabt, dass ich genau den richtig erwischt habe. Ja, schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.